Also, Aufnahme zum Dritten. Auf vielseitigen Wunsch von meinen Einzelnen bringen wir euch jetzt das weltbekannte Manimatter-Lied «Der Alperflug». Esther, mit diesem Lied grüssen wir euch, oder dich, aus dem freien Amt. Achtung, zwei! Sag sie, du darfst auch mitmachen. Das ist gut. Das ist gut. Sie zwei Freunde nehmen ein Sportflug, die Trügen auf und Flunko machen. Die Trügen auf, hat so der Gäbchen und der Rappel plätschert nach. Einer sitzt der Passagier, und der, der steuert, der ist ein Sport. Und verraten und brummen und sind um der Motor. Da rief der, der Hände setzt, los Benzin geht, du musst landen. Wie was sagst, rief der Pilot, bloß ich hab' dich nicht verstanden. Wie was hätt's gseht, rief der Hände, worum lang isch ned so fort. Red' doch Flüten, rief der vorne, bei dem Krach geh' ich kass fort. Ich versteh's ned, rief der Hände, worum mach's ned, bist du dagegen. Ich versteh's ned, rief der vorne, musst du mir's wirklich lüter sagen. Wie was sagst, rief dieser Luhe, der Tank ist nah, du flügsch ned mit. Bloß bei dem Ort, sonnes Lärm rief der vorne, gehörd ich nüüd. Ich versteh's ned, rief der Hände, guck, fritz, stutz, nein, nüüd Welli. Du ned auf, drief der vorne, rief der Kräuter, guck, verdeli. Los, rief dieser Brenner, jetzt nüüd landet, vollem Alistau. Gehörd ich, nüüd, rief der Einer, los, greift doch dasemal. So hätt ich, so hätt ich, ohne Lärme, der Pilot hätt nüüd verstanden, dass er nüßes Benzin fäut ausgau, und dass er sofort söt landen soll. Aufs Mal wird's plötzlich stellen, nämlich, wenn's Benzin ausgeht. Und jetzt, wo er's hätt verstanden, hei sie beide nüüd mehr gseht. öre co baile ... ... ... ... ... ... ...